Elden Ring, mein viertes So-It's-Like-Spiel. Ich verliere schon wieder meine Ruhnen. Oh Gott, was ist das hier nur? Ah, für eine Höhle. Komm, wir gehen zur Festung und kämpfen wieder gegen Ritter. Mensch, Ritter habe ich ja erst vor kurzem gesehen. Ich hatte jetzt überlegt, kämpfe ich nochmal gegen den Dunkelkavallerist? Der war ja auch ein bisschen machbar, wenn ich mich richtig angestellt habe. Aber ich möchte jetzt Nägel mit Köpfen machen, wenn ich schon nicht die Gael-Höhle beenden kann. Dann hoffentlich die Festung, die vor mir steht. Und euch Krähen werde ich später besiegen. Da ist noch ein Händler oder Luftballon. Ah, die Krähe, die da ist. Die ist verdächtig. Da ist noch eine Lager. Ach, die kämpfen gegen die. Schaue ich mir das Ganze mal an. Das hat mir so ein bisschen in den anderen Dark Souls-Teilen immer gefehlt. So ein bisschen Lore. Oh. Ach, das waren die aus der Höhle. Aus der Gael-Höhle. Ja. Töte mal alle. Oh Gott. Das ist keine Krähe. Das ist so ein Hund. So eine Rattenvieh. Naja, der Schweif würde ich eher wie so eine Ratte bezeichnen. Und da sind mehrere von denen. Oh Gott, das ist wieder so ein Dings. So ein Oktopoden-Feuerspeier. Okay, kämpfen wir gegen die Bestie, die schon sehr stark beschädigt ist. Der hat die besiegt. Sehr interessant. Ja, und jetzt habe ich dich. Schmiedesteine gibt es von denen. Ja, so war das ja. Okay, der hat das Lager hier ausgelöscht. Wir sehen den Ort der Gnade. Ziemlich nah bei den Gegnern, um ehrlich zu sein. Ein bisschen zu nah. Oh, und hier geht jetzt die versenkte Erde erst richtig los. Das erinnert mich sehr stark an Fallout New Vegas, an diese Stadt, wo die Legion alles platt gemacht hat, alles verbrannt hat. Dort war so eine Lotterie und es gab nur ein paar Gewinne. Der Rest waren Nieten und die, die Nieten hatten, die wurden entweder erhängt oder anderweitig getötet. Jetzt ist noch die Frage, wie geht man das? Die haben die Hunde hier umgebracht. Oh, okay. Schätze, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt wird diese Festung erobert. Gut. Die Verteidigungsmauern haben wir durchbrochen. Ah, hier ist so ein bisschen... Oh. Ein kleiner Nebengang. Weh. Oh, was? Was? Wer setzt hier seine Magie ein? Wer setzt hier seine unlauteren Mittel ein? Oh, du bist ein toller Landsknecht. Wer greift mich hier an und warum gehen die Blitze so weit? Da hinten. Verstehe. Ah, schnell wegrennen. Das nenne ich eine ordentliche... Ja, Angriff. Belagerung. Oh. Das ist so ein richtig geiler Bogenschütze. Der hat auch einen tollen Federkeil, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, hat er. Genial. Nein, ich wollte doch nicht dich da unten angreifen. Das ist nochmal so ein großer Ritter. Oh Gott. Mann, bist du anime-like. Schön. Oh, verdammt. Dass der den großen Bogen überhaupt führen kann. Okay. Ich muss mich... Ah. Erst wieder ein bisschen reinkommen. Und ich glaube, ich renne mal ein bisschen weg. Heilungsmäßig sieht es fürchterlich aus, die Festung hier einzunehmen. Lanzknecht. Ich muss vorher mal rausnehmen. Ja, schmierender Schwetterling. Und jetzt angreifen. Und? Verdammt. Okay. Schon ein Viertel verloren. Oh, verdammt. Oh, nein. Scheiße. Ja. Ich glaube, es fehlt ein bisschen an... An Verteidigung. Wenn die mir hier schon... Gut 60, 70 Prozent der Leben abziehen. Dann haben wir auf jeden Fall Probleme. Und warum habe ich jetzt nicht aufgelevelt? Ah. Äh. Oh. Sehr interessant. Und da kommt man dann hin, wenn man hier alles überwunden hat. Verstehe, verstehe. Toller Ort hier auf jeden Fall. Können wir hier noch ein bisschen was herausfinden? Da hinten ist die Burg, die Sturmfeste. Da ist der mysteriöse Thor, der auch irgendwas zu sagen hat. Gut. Dann versuchen wir nochmal den Kampf hier. Er sieht mich nicht. Er hört mich nicht. Das trifft sich gut. Dann können wir erstmal unser Leben einsammeln. Das ist eine merkwürdige Nahkampfwaffe, wenn er mich fragt. Gut. Er sieht mich nicht. Den können wir so ein bisschen backstabbern. Dann ist jetzt Stave-Mode angesagt. Oh. Jetzt ist Stave-Mode angesagt. Pssst. Das sind also die Löwen mit den Krumm-Säbeln. Die Fraktion. Ja. Backstabbern. Zack. Oh. Guter Schaden. Oh. Er hat sich geboostet. Oh. Shit. Ja. Seht ihr das? Das ist viel zu viel Schaden. Oh. Sehr riskant, ohne anvisieren zu kämpfen. Ja. Schön. Bei diesem letzten Schlag habe ich immer so viel Angst. Okay. Ich. Ich. Kann nicht mit euch anvisieren. Kämpfen. So vielleicht. Oh. Verdammt. Oh. Und jetzt ist hinter mir auch noch ein Stein. Ja. Damage Trace. Oh. Ein super Kampf. Großbogen. Oh. Und da kommt seine Gefolgschaft. Hallo. Ich habe gehört. Mein. Mein. Großer Diener ist verreckt. Mein großer Kommandant. Präzise zielen. Zack. Und zack. Und staggern. Jawohl. Oh. Das ist nochmal so ein kleiner Landsknecht. Der hat eine Tröte und einen kleinen popligen Dolch. Zack. Schön. Verdammt. Ich hätte mich mal heilen sollen. Hätten wir vielleicht wieder was zurückbekommen. Und jetzt schauen wir uns das Unheil mal an. Ah. Da haben die eine Mauer. Aber ich verstehe nicht warum. Ist da hinten eine Mauer? War das deren Gebiet? Hier dieser Streifen? Das wollten die verteidigen. Und von unten. Dort unten waren wir ja schon. Hier unten. Als wir da hinten in so eine Teleportbox gekommen sind. Und da waren diese Unholde. Diese komischen Wesen. Ja. Ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben kann. Die Verdammnis. Die Follnis. Und das wollten die dann wahrscheinlich so ein bisschen verteidigen. Hm. Ein bisschen Lore die ich da zusammen kratzen kann. Und hier habe ich ein bisschen Angst. Okay. Schwelender Schmetterling. Jungs. Ich möchte ja nichts sagen. Aber das war ein bisschen billig. Das ist eine Sackgasse. Okay. Verstehe. Brennende Leichen. Verkohlte Leichen. Sterben die automatisch? Nee. Alter. Das ist atmosphärisch. Genial. Danke für die Runen. Ja. Die schieben die richtig weg. Überfahren die. Geil. Oh. Die nächste schöne Festung. Hätte ich nicht damit gerechnet. Dass sie so cool ist. Erst dieser super coole Ritter. Mit seinem Sprungangriff. Mit seinem Metroid Brawl Angriff. Gut. Dann gehen wir mal in die Festung hoch. Und schauen mal ob wir unten an das seltene Item kommen können. Ach ja. Wir mussten hier lang. Geht es da wirklich hoch? Ja. Ich glaube das ist so ein schnörkeliger Weg. Da ist noch was. Ach das war ja. Der Punkt wo man dann runter kommt. Unterhalb der Erde. Oh. Hallo Herr Lanzknecht. Der hat jetzt eine andere Lanze. Aber da gibt es unterschiedliche Versionen. Zum Glück. Wir halten uns mal. Ah und jetzt bin ich hier oben. Und jetzt sieht man hier. Oh. Da unten gibt es ein Item. Da unten gibt es zwei starke Gegner. Da unten gibt es. Hier ungefähr Markierung. Gegner. Gut. Da unten gibt es einen kleinen Ort zum Kämpfen. Joa. Dann klettern wir mal ein bisschen hoch. Ich habe das Gefühl hier kommt noch ein starker Gegner. Ich wollte erst noch mal ein bisschen. Oh. Äh. Äh. Ah. Oh. Der Wolf mit dem Krummsäbel. Oh. Nein. Huh. Oh Gott. Da können wir hinter. Oh. Schön. Hier kommt man dann wieder hoch. Verstehe. Hier so Belagerungstürme und alles. Da ist ein Schalter. Da können wir dann das Tor öffnen. Oh. Zum Glück kann man so weit springen. Schön. Und jetzt ein Hochseilakt. Tschau mein Freund. Ich werfe dich den Löwen zum Fraß vor. Ich wünsche dir, der wäre jetzt kannibalistisch angelegt. Das würde mir sehr gut gefallen. Wenn er sich dadurch auch ein bisschen heilen würde. Oh. Schön gelöst. Wärmender Stein. Ja. Ein bisschen Wärme würde uns einen, glaube ich, nicht schaden. Ah. Ich versuche erst den zu Backstaggerern. Ja. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und jetzt ist es ein bisschen schwierig. Oh. Verdammt. Nein. Oh. Ja. Zu zweit. Oh. Da haben wir eine Truhe. Zu zweit ist es beschissen. Ah. Ja. Ganz gut. Getraded. Oh ja. Warum kämpfe ich hier nicht? Das ist doch ein bisschen machbarer. Schätze ich. Ja. Konnten sie ein bisschen abbringen. Ja. Das war natürlich kacke. Ich kann kaum glauben, dass ich das überlebt habe. Oh nein. Will ich erst auf die Burg hoch? Ich glaube, ich probiere es. Oh. Wir probieren es. Okay. Schnell, schnell, schnell. Ja. Ich habe es geschafft. Gut. Ciao, meine Freunde. Ich glaube, ich probiere mal, hier diese Kräutermischung zu mir zu nehmen. Denn jetzt ist der beste Moment für das Teil. Oh, definitiv. Ja. Oh, Ausdauerregeneration hat das auch noch gebracht. Was? Der konnte das einfach überleben? Nein. Ich konnte mich nicht richtig heilen. Ja, ich wollte ihn eigentlich schön von der Leiter schubsen. Scheiße. Ich bin runtergefallen. Nein. Meine Runen. Gibt es hier auch sowas wie... Nein, es gibt... Doch, da ist eine Leiter. Ja. Toll. Danke, dass du jetzt was anderes eingesetzt hast. Okay, ich wechsle schon auf die Notreserven. Notreserven. Auge um Auge. Zahn um Zahn. Verdammt, hätte ich locker zweimal zuschlagen können. Ja. Oh. Schön. Notreserve. Ja, mach ruhig dein Gebrüll. Es wird dir nicht viel helfen. Oh. Da wollte er noch einen Special Move machen. Wir bekommen noch eine Heilung zurück. Und leider nichts Besonderes. Nichts Schönes von ihm. Lass das Fest des Krieges beginnen. Er hat General Radan mit dem Ruhm eines Kriegers. Es liegt in euren Händen. Sehr jähren. Oh Gott, ist das blutig da unten. Da ist nochmal eine Ruine. Und da oben ist nochmal eine Kirche. Eine Festung. Und da hinten ist noch eine große Festung. Eine Tower auf London. Nee, dieses andere Regierungsgebäude in London. Erbe des Sternengeißels. Schauen wir uns das schnell mal an. Ist wahrscheinlich so ein Schlüssel-Item. Nee. Keine Kriegsasche. Schild. Nein, nein, nein. Da war etwas. Talisman. Erhöht die Stärke. Uh. Und es sieht, ja, das ist ein Krieger mit zwei Krummechsen. Zwei Krummschwertern. Ich habe leider noch nicht hier herausgefunden, wie ich denn zu der, zu dem Schalter komme, zu dem Hebel, wo wir das Tor öffnen, damit wir gegen die große Bestie kämpfen können. Und ich weiß auch nicht, was mir das jetzt hier bringt, wenn ich jetzt hier reingehe. Ja, shit. Hm. Will ich jetzt hier rein? Ich schaue mir das erstmal an. Was ist denn das? Untersuchen. Einen anderen Ort reisen. Ah, wahrscheinlich ja, weil wir schon alle besiegt haben. Wir machen es mal. Und merken uns, dass wir die Festung halbwegs abgeschlossen haben. Ja. Oh. Ah. Da ist das Teleportationstor. Wir sind ganz im Südosten. Oh. Hier hat ein fetter Kampf stattgefunden. Hör. Hör. Was? Ach, das ist das Teil. Okay, ähm. Ja, ciao. Mit euren Sprengstoffpfeilen. Sprengstoffballiste. Ach, von dort oben. Oh Gott, das sind noch Katapulte, Trebuchets. Oh yeah. Und da hinten haben wir einen Ort der Gnade. Einen Ort der Ruhe, des Schutzes. Geil. Ja, dann ist man bei so einer richtigen Belagerung dabei. Ich freue mich. Oh. Ich dachte, ich wäre hier, äh, in Geborgenheit. Aber nein. Ich wurde getäuscht. Ich wurde richtig fett getäuscht. Schön. Ah. Schön. Wir haben es geschafft. Und von hier aus gehen wir dann noch mal zur Festung. Ich weiß es nicht ganz. Hier können wir auf jeden Fall nichts großartig noch machen. 1600 Runen. Verdammt, verdammt. Ja. Wir gehen noch mal zur Festung schauen, dass wir die Bestie bekämpfen können. Oder dass wir endlich mal das Tor öffnen können. Denn dann sieht alles wesentlich einfacher aus. Da, vielleicht über die Brüste. Kann man die zerstören? Ja, kann man. Okay, dann locken wir noch den einen, der mich sehen kann, hier hinter. Und dann schauen wir uns das Jump'n'Run-Spiel mal ein bisschen genauer an. Hey, du Drecksack. Deine Feuerbomben kannst du hier in deiner Festung für dich behalten. Okay, ich mache mich bereit. Und hepp. Jawohl. Es hat so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Und jetzt bin ich auf mich allein gestellt. Jetzt kommt mir keiner so schnell hinterher. Öffnen wir das Gatter. Haben wir es betätigt? Ja, von hier aus kann man natürlich wieder nichts erkennen. Verdammt. Schauen wir uns hier noch mal kurz um. Da kommt man dann runter, wenn man will. Oh. Ein geheimer Geheimweg. Wow. Die dreckigen Pilze könnt ihr für euch behalten. Die wachsen schon an der Festung. Da müsst ihr mir die nicht noch hinterher schmeißen. Oh. Das war unnötig. Gut. Da ist der Wauwau. Der Löwe. Da mache ich auf jeden Fall das Licht an. Obwohl mich eine feindliche Kreatur schon längst angegriffen hätte. Da hinten sehe ich nur ein paar alte Säcke. Hehehe. Wir haben noch keine Mimik gefunden. Das erstaunt mich auch. Katar. Ist das nicht das Land, wo jetzt bald eine Weltmeisterschaft stattfinden wird? Na, Kampfwaffen. Schnell mal den Katar gefunden. Da. Schnittstich. Das ist eine richtig poplige Waffe, sage ich euch. Und alle Waffen starten mit D oder mit C. Das ist Elden Ring. Da verbessern sich die Waffen dann nur ab Stufe 19 oder so. Gut. Das heißt, wir waren oben. Haben herausgefunden, dass es da noch zu mehr Belagerung und so Zeug geht. Wir haben herausgefunden, dass man recht leicht zum Hebel kommt. Das Tor ist jetzt offen. Das heißt, wir könnten gegen die Bestie kämpfen. Das sah noch ein bisschen verdächtig aus. Das sind... Oh, verdammt. Beide sind runtergefallen. Okay. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich werde zur Tür rennen. Ich renne zur Tür. Natürlich kriege ich hier gleich schon mal einen auf den Latz. Ne, wir nehmen erst das Item mit. Runenbogen. Haben wir die Beste jetzt damit befreit? Hallo? Herr Bestien? Löwe? Meistens habe ich Schiss vor den Angriffen, die durch Deckung gehen. 130 Schaden hat das nur gemacht. Wenn ich die beiden popeligen Ottos wenigstens erledigen könnte. Okay. Die greifen sich noch gegen... Der hat den eliminiert. Dankeschön, meine Bestie. Ja. Okay. 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 Vielen Dank.